Der Ball ist gut, die Davi! Mach ihn rein! Scheiße, bin ich ready heute. Scheiße, bin ich ready heute. Oh, ist das schön. Dahoud bleibt am Ball, hat ein bisschen Platz zum Abschluss. Abschluss Dahoud, 13. Hat Wucht, hat Zug aufs Tor. Aber dann auch recht zentral und den holt dann natürlich Kobel. Aber die nächste Ecke für Dortmund. Du merkst, und so war es ja auch zu erwarten, oder so muss es ja eigentlich zu erwarten sein, sag mal so, dass sie Dortmund hier erstmal das Spiel bestimmen wollen. Und natürlich so früh wie möglich hier in Führung gehen wollen. Klar, die sind deutlich, deutlich mehr unter Zuzwang, als wir sind. Zurück auf Guerreiro. Jetzt können Sie mal ein bisschen Druck da drauf machen. Ja, und der Ball ist weg. Kalajic sehr, sehr stark. Ja, Klimovic. Zurück auf Endo, auch richtig stark. Und dann, ja, wir bleiben am Ball. Förster. Der geht hoch auf Sosa. Jetzt kommt die Flanke. Ja, nicht schlecht. Kalajic kommt hin. Oh, der ist drin! Sascha Kalajic! Mit einem Tor, wie wir es gegen Schalke gesehen haben. Wir führen gegen Borussia Dortmund. Mein Jubel, muss ich mich kurz verteidigen, war ein bisschen abwarten, weil ich dachte, dass das Ding irgendwie trüber daneben gegangen ist. Aber wie gegen Schalke. Das Ding fällt ganz hinten rein. Sosa auf Sascha Kalajic. Es ist der helle Wahnsinn. Richtig geiler Ball. Davor schon das Tor selber eingeleitet. Da Kalajic die Ballgewinn getunnelt. Dann die Flanke. Sosa endlos kommt ganz nach hinten. Und dann senkt er sich in die lange Ecke. Ganz hinten links kann Hitz auch nur noch zugucken. Das ist wie, ja, ähnlich wie beim Schalke-Spiel. Es müsste das dritte Tor gewesen sein, was da Kalajic gemacht hat. Das 3 zu 0. Und es senkt sich nämlich ganz hinten drin. Deswegen meine Reaktion auch so ein bisschen verzögert, weil ich es einfach nicht habe kommen sehen. Da das Ding ist daneben oder auf dem Tor. Und dann senkt er sich da hinten ganz rein. Wow! Krass, Jungs! Sehr, 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 sehr geil. Und man kann zu dem Zeitpunkt noch nicht groß davon reden, dass es irgendwie verdient wäre, unverdient wäre. Deswegen sehr, sehr schön. Weil wir hatten auch noch keine ernsthafte Torchance in Dortmund. Und auch noch keine ernsthafte Torchance. Und dann die Co-Produktion. So sah auf Sascha. Es passiert halt immer, immer und immer wieder. Es ist unfassbar. Und so ein Kopfball musst du aus der Lage erst mal so hinten reinsetzen. Bellingham, Reus hat ordentlich Platz links. Die Flanke kommt. Ja, die kommt halt nicht wirklich gut. Die kommt ein deutliches Stückchen vor Haaland im 16er an, zum Glück. Wir kriegen den Ball immer noch nicht weg. Jetzt Kalajic runter. Kullibar, jetzt Kontern. Auf, Jungs! Jawoll, runter! Auf, Junge Klimovic! Tempo, Tempo, Tempo! Ihr habt richtig Platz. Hoch damit. Und der Ball ist scheiße! Der Ball ist scheiße. Sosa mit der Flanke. Kullibarli! Schade. Boah, langer Ball auf Kullibarli. Der hat das Tempo. Geiler Ball vom Afropanus. Der kann in den 16er gehen. Zieht rechts vorbei. Und dann kann Hummels ihn abfangen. Das einzige Kritikpunkt ist ja wirklich, dass du halt nicht danach noch lange am Ball bleibst. Du fängst schon oft Dinger ab, blockst viele Dinger ab. Aber danach ist halt recht schnell wieder vorbei. Und recht schnell Dortmund wieder am Ball. Bellingham hat sehr viel Platz. Und da fällt das 1 zu 0. 46. Minute. 1 zu 1. Bellingham. Der hat gelinde gesagt, ein kleines Stückchen zu viel Platz. 16 Meter frei vom Tor. Da ist man nicht ganz wach und nicht ganz auf der Höhe aus der Halbzeitpause rausgegangen, was das Defensive angeht. So viel Platz hatte bisher noch kein Dortmunder Spieler im ganzen Spiel. Jetzt müsst ihr bitte aufwachen. Weil jetzt hat Dortmund Bock natürlich. Das ist logische Geschichte. Ich sehe gerade, dass der Kevin gerade drin ist. Ich weiß nicht, ob du es vorhin gesehen hast, gehört hast, wie auch immer. Donation-Sound oder wie auch immer. Donation-Einbildung habe ich eigentlich gemacht. Wurde ich es angezeigt. Habe zum Glück immer die Mail gesehen. Vielen, vielen Dank für deine 10-Euro-Donation. Vielen, vielen, vielen Dank. Haaland. Reus hat richtig Platz. 2 zu 1. Dortmund. 2 zu 1. Borussia Dortmund. Es hat 4 Minuten gebraucht, um dieses Spiel zu drehen. Da ist oben bei Reus auch wieder niemand. Logisch, die können kicken. Spielen ist auch gut raus. Auch stark über Reiner da oben. Aber das ist halt auch wieder wie bei Benningham vorhin, ist oben bei Reus dann in der letzten Instanz oben niemand. Er hat Freiraum wie sonst was. Ja, so schnell geht das halt. Ich bin wieder positiver gestimmt, weil wir eben diese kurze Phase der zwei Tore jetzt auch überstanden haben. Uns nicht noch ein drittes gefangen haben, wieder ein bisschen grundgefestigter wirken. Und jetzt können wir wieder selber nach vorne versuchen. Weil es ist drin. Es ist drin. Das 2 zu 2 ist hier drin gegen Dortmund. Ein Punkt gegen Dortmund wäre auch weiterhin richtig stark. Ich bleibe dabei, dass es einfach doof ist und schade ist, wenn du in Führung gehst, dir das Ding so schnell aus der Hand nehmen zu lassen. Ist halt nun mal passiert. Das ist der Reifeprozess der Mannschaft, wie auch in München gesehen, der halt manchmal vielleicht noch nicht ganz da ist. Wo halt einfach so Teams wie Dortmund logisch noch was vor uns haben. Schöner Ball auf Haaland. Reus, der kriegt den Ball nicht gestoppt. Guerreiro zurück auf Haaland. Und der schlägt das Ding weit drüber. Ja, schöner Ball von Sosa. Di Davi hat den. Der Ball kommt. Nein, was macht er denn? Alter, das ist nicht dein Ernst. Ein Traumball von Di Davi. Kaleipzig kommt nicht hin. Aber hinten, er kommt perfekt auf Koulibaly. Und er rutscht ihm über den Schlappen und kommt nicht mal aufs Tor. Das gibt es nicht. Das muss das 2 zu 2 sein. Oh, ma, Junge. Oh, das Ding muss halt so rein, Koulibaly. Jetzt, Karasu hat richtig Platz. Schließt er mal ab? Schließt nicht ab. Di Davi. Ja, Abschluss Di Davi. War auch gut, dass er schießt. Hat mal Platz gehabt. Aber das Ding war halt dann so dermaßen ungefährlich. Jetzt. Ey, Überzahl. Kaleipzig, hohe auf Koulibaly. Der Ball ist gut, Di Davi. Mach ihn rein. Ja, Junge. Jawohl. Jawohl. Daniel Di Davi mit dem 2 zu 2. Jawohl, Mann. Wow. Du musst natürlich zu 100% aus Dortmunder Sicht dich hinterfragen, wie zur Hölle du in so einer Situation gegen uns in Konter laufen kannst. Das ist wirklich 4 gegen 1 gewesen. Und ein Top-Ball von Koulibaly. Di Davi ist eiskalt, der kann kicken, der hat Technik. 2 zu 2. 78. Spielminute. Ausgleich. Jawohl, Mann. Ist das geil. Und da kommt der Ball halt auch mal, ne? Wir hatten ja solche Szenen auch schon in der ersten Halter. Da kam mal die Bälle jedes Mal nicht an. Wir hatten schon öfter so 3 oder 4 gegen 1 Situationen oder 4 gegen 2 Situationen. Hatten wir schon. Nur wurde es halt immer beschissen ausgespielt. Diesmal hat es funktioniert. Top-Ball von Koulibaly holt sich seine Vorlage ab fürs Spiel. Jawohl, Jungs. Jetzt Haarland. Hoch. Knauf. Leiter am Ball. Abschluss! Das ist nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Der Kollege, der am Dienstag sein Startelf-Debüt gefahren hat mit 19 Jahren. Ansgar Knauf. Ja, geht vorbei an Endo. Und dann eiskalt die lange Ecke. Als hätte er sein ganzes Leben lang etwas anderes gemacht. Muss man zugestehen, dass es eiskalt ist, das Tor. Das kannst du auch nur in der Entstehung besser verteidigen. 2 zu 3. Und so schnell ist das Unschied in der Geschichte. Ansgar Knauf. Die könnt ihr auch irgendwen aus der U15 da hochziehen und reinstellen. Das würde ja immer noch klappen. Das ist unfassbar bei Dortmund. Das ist unfassbar. Mann, ey. Das ist... Oh, das nervt. Oh, Mann. Jetzt läufst du wieder im Rückschein hinterher. Oh, geklärt. Nehme ich zur Ecke. Komm, Jungs, auf! 88. Minute Eckball. Komm, Jungs, auf! Ein guter Eckball noch. Komm, 89. Minute. Klement darf die da direkt auch bringen. Nein! Ah, Mann. Tommi kommt zum Kopfball. Der schießt dann schon recht... Der Kopfball geht dann schon recht klar links vorbei am Tor. Aber er kommt doch tatsächlich an den Ball. Ah, ist das schade. Mann, 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 Mann. Ne, jetzt pfeift er ab. Ah. Schade. Mann, 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 Mann.